Also die Hackschnitzel, die wir verwenden, die kommen hier alle von der Region. Das ist auch recht interessant, weil jetzt immer mehr Forstwege in die Wälder gebaut werden und so haben die Bauern die Möglichkeit auch die Wälder sauber zu halten und hier gleich vor Ort haben wir einen großen Verteiler. So ist auch der Anfahrtsweg relativ kurz und ist auch noch mal ökologisch recht interessant.